Ich glaube tatsächlich, es gibt zwei Dinge, die mich stören. Mich stört unglaublich die Massentierhaltung und das ist auch umweltmäßig eine absolute Katastrophe. Insofern würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen wieder zu ihren Werten zurückfinden und sich das auch mal anschauen, weil ich glaube, jeder, der es sich anschaut, der kauft danach kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung. Und dass es da größere Alternativen gibt, dass man es den Bauern auch leichter macht, dass man wieder zu Hause schlachten kann. Also das wäre etwas, was ich mir unglaublich wünschen würde. Und rein persönlich würde ich mir dann tatsächlich auch noch wünschen, dass es Elektroflugzeuge gibt, beziehungsweise nicht mal Elektro, sondern irgendwie Solarenergieflugzeuge, sodass sie irgendwie die Sonnenenergie über den Wolken nutzen, sodass man da mit ein bisschen besseren Gewissen, weil da muss ich sagen, da wird mein CO2-Abdruck durch diese Fliegerei leider wirklich groß. Puh, was die Umwelt verbessert. Oh Gott, da fragst du mich echt was. Da kannst du ja wirklich bei Adam und Eva auch anfangen. Also mir liegen ja vor allem auch immer so die Tiere am Herzen. Ich finde ja gerade auch Massentierhaltung unfassbar schlecht, unfassbar grausam. Und ich glaube, ich würde mir wirklich irgendwas einfallen lassen, was so gut schmeckt, wie so ein richtiges Schweinesteak oder so ein Rinderfilet, dass die Leute überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen würden, irgendwas von Rind oder Schwein zu essen. Und was aber vielleicht doch ein Tucken besser schmeckt als Soja. Also man könnte laut Aussage eines Bekannten von mir, der sich damit auskennt, wenn man den ganzen Äquator mit Solarzellen bestücken würde, die gesamte Energieversorgung der Welt dadurch abdecken. Ob das wirklich stimmt, kann ich nicht genau sagen, aber das fände ich schon eine ganz gute Maßnahme.